so los geht's von jetzt gab meine statistik rene ja ich weiß gut rein auch hinwäden? ok komm die musik oh nein dass keiner unsere sisi getroffen hat meine emote funktionieren nicht was soll das die gehen generell nicht klar aber die gehen tatsächlich gar nicht hä hä wieso gehen deine dinge und meine gehen nicht donem sword was die besoffen mhm dornsyndrom haben die dornsyndrom ja also der dafür hat der welt geflasht oder so nein er hat man gemacht von uns ist auch keiner vielleicht aber ich habe zumindest eine aufladung von bluthaugen das ist schon was wert jetzt habe ich natürlich mit q gestartet was jetzt auch nicht so cool ist fuck klingt schon mal nicht gut nein ich habe gerade zwei minions gemisst sooo ich dachte irgendetwas wichtiges beim kollegen klapp ich schon an die sind rausgeschmissen worden echt weil es bei denen leckt ok ich habe stabilen ping ich auch nein aus dem aus dem turnier ach so aus dem spiel nicht mal muss mit dem dem hat dem der das doch ganz dem top immer sicherheit aber zurück ich komme ich brauche hilfe er ist da erst da ist er aber auch nicht mehr so wir leben also vorsicht ja ich bin raus ich habe nicht mehr schauspiel und dann ist wohl okay okay war hingerichtet warum habe ich so viel schaden gerade hier steht ein wort alter alter ich verpasse so viele minions spannend jetzt habe ich den kennen bekommen ich werde das noch mal hoch äh, krass hm, kommst du mal hoch oder was? nö hm, er hat ja kein Flash mehr ich bin mal so ein bisschen runter ok grace, 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 bitte äh, gewordet hier oben ja mir fehlt okay, hat gewordet, Brotside na, da wird er bestimmt gleich runterkommen es ist noch topside, ne, denkt daran ach, topside, okay äh, wo du da gesehen ja, ich, ich, die, 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 die okay, cool ach, da kommt, Brot äh, grace war hier weißt du, ja, hier sprechst ach komm, das ist, äh, Renny okay ich kann, ich kann nicht, ich hab kommen, Anna schon, schon tot hier ja, äh, okay da komme ich aber nicht ran ui, ui, ui ui, ui uri ist level 6 die pushen jetzt sie wollen wahrscheinlich einkaufen hat jemand den graves gesehen war gerade da in der nähe okay also noch topside ja kann noch mittlerweile bot der ist hier hat den bursch da gewordet uri geht weg glaube ich hier auch mal weg leute denkt an pink wort ja gemein gerade kein wort ich kann rufen zur not ich mach nur die kraft ich mache jetzt einkaufen vermutlich sind noch da ich könnte ich komme muss raus ich hab nicht mehr viel leben ne 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 geh back uri ist noch botzeit mitte meine ich verpasse so viel last wo ich seit morgen kann man haben ja hat kann man auf der botlenfeld 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 jetzt noch da auch weiß nicht warum die nicht einkaufen gehen kann ich hab mir auch noch ah fuck 2000 gold ja wir sollten einkaufen weil die tristana wird genauso viel gold haben muss sie mehr gold haben sogar ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen ihr habt ja ihr habt ja schon viel mehr farm als ich also ja hier fehlt hier fehlt topside ok tarik misst tarik misst tarik misst diese werden am drake sein nee sind sie nicht hier fehlt ja warte noch mit der ward warte noch mit der ward an ich werde mal sneaker den herat machen weil ich mach den wie fehlt willst du wort da drin haben verbotzeit ja ich komme ich komme ich komme dann macht wenn ihr den jetzt geht macht zusammen den okay vielleicht aus achtung da ist noch über das neue rollt vielleicht könnte jetzt auch zu bekommen und ich habe wenig ich mache ich mache ich mache nicht ich habe holt ab notfalls renne versucht die magst du standen oder irgendwas ja aber ich glaube ich mag es ist hier ja gesagt was er kommt und auch mir sicherer mit der old im natürlich tierisches potenzial mit tarik ich bin auf weg gut job übrigens top schön gespielt Uri ist vermutlich wieder weg wir können ja ja immerhin fest das ist ganz gut könnt ihr nicht den Harald holen? Ich versuche den zu machen Ja René äh Chris könnte helfen. Push genau. Hier ist ein Ward. TP top. Hier ist gewordet, der ist gewordet. Na ok dann ziehen wir nicht raus oder so. Ah die kommt da auch garantiert hoch. Ja da ist er. Lauf, 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 lauf. Oh shit. Oh fuck. Ah schade. Machen die den jetzt? Könnt ihr da was sehen? Vermutlich ja bei Uri, weil Ronda jetzt auch ist. Die werden den erstmal im Pit machen. Nee zumindest zu Resetten tun sie den. Kauft euch ja mehr ne? Ja. Top ist übrigens ein Trissana geht jetzt back. Mhm. Ich hab die nochmal abgebrochen. Wer hat da geflasht? Uri war das. Oh das ist sehr schön zu wissen. Oh Graves ist hier. Graves hat geholtet ne? Ja. Ja den hat er schon geholtet. Naja ich meine ja. Der wird zu uns in den Jungle oder? Ja. Ja der wird glaube ich zu mir. Hier 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 hier. Ah komm ich nicht ran. Hier fehlt. Hier oben ist übrigens ein Vision Wardfallzimmer wegmachen. Du hast den Drake geärgert. Ja. Habs gesehen. Geht Trissana's back einkaufen. Die hat 111 Farben. Ja Uri möchte auch back gehen. Tarek ist quasi alleine hier. Ich TP auf die Lane ne? Hier fehlt. Hier fehlt auch. Ist wieder da. Trissana ist wieder da. Oh wow die hat instant das Item gekauft. Oh die shit. Außen weg ist sehr gut. Ja. Ich hab mich extra so ein bisschen hingestellt dass sie nicht mogen oder so. Okay die Uri fehlen die fehlen. Keine Ahnung wo die hier sind. Okay. Drei Pinkboards das ist sehr gut. Ich hab ein paar Sekunden wieder ult. Gehild. Der nächste Drake. Gehild. Ein Infernaler. Mhm. Klieren die nicht hinter. Den Vision Ward wollten die nicht sehen oder? Okay Uri muss weg. Oh ich hab den on gefunden. Ich. Dave könntest du zu mir. Oh warte oh Grave ist hier. Uri ist fast tot. Ich muss top ten. Ich muss top ten. Ja. Ja alles gut hier safe. Bings kommt auch. Wo ist er hin? Da ist ein Wort. Ja. Ja ich kann dich grad nicht klieren. Ja schon. Wod fehlt. Wod fehlt. Wod miss. Ihr Schaden. Ja was denkst du was mein Schaden war? Guck dir mal ihr Leben an. Okay. Der Wod ist da noch drin. Trostanamus. 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 Okay jetzt klären die den Pink Ward. Old Level 2. Kannst du den versuchen. Klär dir mal. Klär dir mal. Ja. Ich probier's. Ja. 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 Top lane. Ja alles gut. Ach ein ZZ-Porteil aufgestellt. Oh. Okay. War knapp. War knapp. Ja ja. Dann bräuchte ich mal Hilfe dass du aus der Z-Porteil wegkommst. Ich komm. Ich komm gerade. Komme. Ich komme. Oh shit. Wow machen die Schaden ey. Ja ja. Das ist halt Harik ne. Ich konnte nicht mal ulten. Die fehlt. Ah die hat mich ja auch angezündet. Okay. Entzündung ist aus. Er ist tot. Ja. Okay schön. Harald. Harald. Irelia. Uri ist gerade back. Harald. 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 Ja ja. Ich mach den. 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 Ich hab den. 30 kunden ja smite. Was denn? 30 kunden hab ich ja smite. Okay. Ja. Kriegen wir hin. Drake ist auch in 3 Minuten ab. Okay. Ori ist wieder da. Ich würde jetzt auch gerne mal weggehen. Bin auf dem Weg. Graves ist Mitte. Graves ist Mitte. Okay. Setz doch gleich Top ein. Der ist doch weg. Oder? Nee. 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 Heben auf dem Weg. Ja. Hier ist ein Ward. Raves war. Vermutlich ist der Bot-Side gegangen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja langsam brauchen wir auch Hilfe hier oben. Ich komme gerade. Ich komme gerade runter. Uri könnte muven, Bot-Side. Vorsicht. Ich komme. Uri könnte. Uri ist da. Ich könnte trotzdem. Ich move trotzdem. Oh, ich hab ja wen gefunden. Okay. Ich gehe wieder zurück. Ich habe in 48 Sekunden. Ich habe in 48 Sekunden tp. Ich komme. Ich komme. Graves kommt jetzt wieder über River nach Mitte. Und der zu hirn ist jetzt der Portion. Der Sau ist einfach. Das ist gar nicht. Hier fehlt. Oh Graves ist Mitte. Oh fuck. Wir haben Toplane jetzt leider. Ey der in Graves kommt runter. Graves kommt runter. Ja. Krasana Flash Heal. Raus. Uri keine Ruhe. Ich gehe jetzt back. Ich habe tp ab. Achtung. Rorn fehlt. Oh du hast 3000 Gold. Oh Gott. Graves da. Ja. Ich habe kein wirkliches Leben. Der Tower wird jetzt wahrscheinlich fallen. Ohrn kommt Mitte aufpassen. Ich kann tp. Wir haben kein Deepboard. Wir haben kein Deepboard. Wir haben kein Deepboard. Ich tp mal auf die... Ohrn ist Mitte. Wann soll man denn hier auch einkaufen gehen? Ganz ehrlich. Ja stimmt. Da muss die Wave halt reinkaufen. Ich kann noch mal reinkommen. Ich kann noch mal reinkommen. Ohrn kommt Toplane. Hier. Uri fehlt. Uri fehlt. Uri fehlt. Tp. 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 Die Aufsorten. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ich bin tot. Zwei für ein. Hier kommt noch ein Graves. Hier kommt noch ein Graves. Kommst du René? Ja ja ich bin da. Ich bin da. Komm noch nicht ran. Wir können den... Ja, aber endlich kann ich einkaufen. Wollen wir nicht in die Mitte gehen und da den Harald einsetzen? Uri sagt ja auch gerade gut zu sein. Einer muss ja Deffen. Jaja, ich Deffen, ich Deffen. Geh du Mitte. Und greiß den... Die sind doch... Uri kann doch im Leben nicht gegen die Deffen. Okay, ja. Ordnungs tipeet auf jeden Fall. Kriegst du den Tower Top? Geh Toplanen. Geh da rein. Wie lange... Ich brauch ein Stück. Ich Deffen erstmal Mitte. Jaja, ich lauf auch Mitte. Ich lass die Wave so stehen. Die müsste ja für euch gut sein. Ja. Oh, der Drake. Kommt gleich. Du solltest nicht Toplanen laufen. Ja, der ist schon hier. Ja, der ist schon hier. Die wollen, die wollen, die wollen, die wollen. Die fangen an, die fangen an. Ja, die fangen an. Oh, ich hab hier ne Homi gebunden übrigens. Ja, ja, ja. Aber wir haben First Tower bekommen. Okay, ich bin tot. Ne, ne, haben wir nicht. Warum nicht? Klar haben wir. Ne, ach stimmt, shit. Weil... Heilige Scheiße macht die Schade. Tarek holt. Können wir übernehmen? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, schade. Das war knapp. Hier, hier, hier. Ich bin da. Ich hab Flash Old. Oh. Oh, fuck. Hier sind wir übrigens Ori und Orn, also aufpassen. Na ja. Ich werd Bot den Herat ansetzen. Ja, ja. Ich geh Mitte. Ich geh Mitte dafür. Ja, ja. Tristan auch Mitte. Ja. Okay, Orn kommt Bot. Ja, der kommt. Pass auf. Oh, bis dahin sollte sein Tower haben. Hier ist der Drake wieder Infernale. Oh, shit. Pass auf, Orn. Oh, shit. Hat keiner gesehen, oder? Oh, raus, 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 raus. Auf den Orn drauf, sofort. Ich move, ich move. Ich move, ich move. Da kommt noch mehr. Pass auf, weg. Oh, der hat Ohn, der hat einen Ori Ball. Ich hab Volt, ich hab Volt. Bin jetzt in Old Range. Da feuer irgendwas drauf, oder so. Ah, fuck. Komm hier. Oh, viele Leute Bot lane. Bin auch gleich da. Ja. Bin da. Ja, wo den Tower haben wir. Wobei. Alter. Ah, Tower ist down. Rauf. Naja. Wie rauf. Hier ist noch Tristana drin. Denk dran. Okay, die gehen raus. Die haben die Tower gekriegt. Lass uns mitgehen. Lass uns einfach mit dem. Naja, resetten. Resetten. Wir sind alle Half-Life. Chris hat die Top 10. Ja. Aber trotzdem gut. Drake haben wir bekommen. Bot lane haben wir bekommen. Ein Tod durch mich. Ohne Spots. Denkt an Pink Bot. Ich muss pissen. Ladies and Gentlemen. Die Mitte. Ja. Wie war das mit den 20 Minuten bis 30? Ja, ja. Das könnte noch ein bisschen länger dauern. Ja, das ist jetzt. Du hast keine Zeit mehr. Muss es gehen, oder was? Nö, alles gut. Stimmt, sonst hättest du mich nicht. Tarek ist gerade durch einen Pink Bot gelaufen. Der ist hier. Wird hier worden jetzt. Sag ich doch. Hm. Penner. Was sind denn das für kleine hässliche Viecher? Das ist voll. Das ist voll. Das ist voll. Das ist voll. Ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich habe reingepusht. Okay, Ori ist wieder da. Ich komme gerade. Tarek Mist. Ja, das hat er aber gesehen. Ich flash raus. Oh fuck. Das war mein Tod. Da kommt noch mehr übrigens. Das war mein Tod. Scheiße, ich hätte nicht Sony essen sollen. Ah. Oh okay, ich komme. Ah fuck. Schön. Good job. Mitte. Könnte jemanden in der Mitte? Nein, wir müssen weg. Oh, hier ist Mitte. Ich gehe Mitte. Ja. Oh, das war gut. Alter. Ich kann auch gleich TP'n. Ja. Drei Mitte. Ja, ich TP'r. Ich TP'r. Ich TP'r in 10 Sekunden. Feri, kommst noch drüber. Mitte. Äh, Mitte kann nicht. Ich muss jemanden mitlanen. Wir sind auf dem Weg. Es sind drei Leute Mitte. Ich pushe, ich pushe. Ja, wir sind auch da. Ja, ja. Ich kann gleich TP'n. Immer drei Mitte. TP Toplane. Ja. Weiter. Weiter. In zwei Minuten ist... Äh... Day 48 mal aufs Oracle. Ja, 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 ja. Hab ich auch gerade gemerkt. Arm fehlt oben. Passt auf. Na, schade. Aber wen hätten wir eh nicht gegengrätschen können. Ich verlieb, hat er in der Tower noch? Hälfte. Okay, immer noch drei Leute hier. Ja. Sieh, 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 sieh. In der Mitte. Ja. Komm ich, komm ich, komm ich. Brauchten wir halt auch irgendwo mal, ne? Graves auch Mitte, die wollen unbedingt die Tower. Ja, ja. Wir haben nicht so viel Wave Clear, das ist echt blöd. Wir haben starken Teamfighter, Ori ulti. Ja. Und Orn ulti. Also am besten nicht stacken am besten. Ja. Ich hab auch kein Flash mehr jetzt. Ich hab alles ab. Äh, okay, Kaiser Rot. Mach mal kurz eine Kappe. Dray kommt in der Minute. Können wir das ZZ-Portal holen? Ja, klar, probieren gerade, ja. Na, jetzt wollen wir es wissen. Ja. Ja. Okay, er kommt weg. Geht's weg. Ja. Ja, klar, klar, klar. Ja, klar, klar. Uri, keine Ult mehr. Äh, du solltest da vielleicht nicht reingehen. Okay. Da, ich hab's nicht gewonnen. Drosana hier, Ori Flash. Klappt die noch vor, ori Flash. Klappt die nach vor. Haben die Ori Ulti auch raus? Ja. Ja. Hab ich nicht gesehen. Doch, die hat Chris geholtet. Hier? Ach. Ja, die Wege. Pass auf, Crash wird hier auf, ne? Ja. War gut, den Tower-Hansen. Na, ja, oh Gott. Das war keine gute Idee. Mach's gut, weg, weg. Ich hab ult, ich hab ult, ich hab ult. Ja, mach. Soll er doch rein? Ja, aber... Ja, gut. Och, schade. Drake ist ab, wir können den forsten. Ja, ja, dann hüsten wir weg. Ja, wir auch. Hier, Ornn ist da, ne? Ich hab'n Mord. Können wir schnell rushen, komm. Ja, fangt an, fangt an. Ich versuch hier zu defen. Oh, da kommt noch mehr. Good job. Raus, raus, nach unten raus. Botlane raus, Botlane. Einfach raus, einfach raus. Einfach raus, einfach raus. Ich hab kein Leben mehr. Ich geh Botlane defen, äh, pushen. Und dann... Ja, ich muss raus, ich hab kein Leben mehr. Einer müsste Toplane gehen. Ja, ich geh, ich geh, ich geh. Und Deck hat den Oracle alte, ne? Ja, hol' ich jetzt. Ja, schön. Nächster ist ein... Oh, endlich hat der Redemption. Nächster ist ein Bergdrache. Ja, ich konnte halt ewig nicht einkaufen. Scheiße, 50 Gold fehlen mir, ey. Naja. Ich komm' bitte. Puh. Intense game. Ja, die Tristana hat ja übelst fett. Ja, die Farben, gut. Ja, seit Kurs, ja. Ja. Aber was über 1, ne? Äh, Blue is up. Sind die beim Nasher? Nein. Ich glaub' ich nicht. Nö. Die mussten auch resetten. Ich muss halt Handpissen, ey. Tristana hat Botlane. War schließlich noch... Tarek ist auch Botlane. Ja gut, jetzt sind sie auf gar keinen Fall mehr da. Ich geh' jetzt mal back. Ich hab' mein... meine Maske fertig. Fehlen, fehlen. Okay, sind da. Die wissen nicht, dass da ein Wort drin steht. Ich laufe Mitte, Mitte fehlt. Äh, Ori ist auch hier. Ori ist... Ich komm' auch Mitte. Ich hab' in 10 Sekunden wiederholt. Pass auf, pass auf, die sind alle hier. Die wollen noch diven. Ich bleib' mal hier stehen. 5 Sekunden hab' ich ult. Ich komm' auch mal Botlane. Oh, oh, das ist noch... Da ist ein Ping. Da ist die Pinot, falls ich küsse. Ja, genau. Einfach versuchen, so schnell wie möglich, jetzt die Wave zu klären. Ich hab' Ori. Na, ich hab' hier noch mehr. Hä? Oh, fuck. Na, shit. Egal, ich geh' Toplane. Jo, schön. Schön, good job. Wir könnten den Blue holen. Raus. Ich geh' Mitte. Hast du'n Versuch'n Mitte zu holen? Kommst du Toplane klar? Nein, ich hab' den Z-Fotter leider. Ja, ja, sonst kann ich notfalls TP'n. Muss denn nicht extra, oder? Nein, nein, ich mein' jetzt nur. Kön' ich mit Tower holen, auf jeden Fall. Ja. Und wir könnten noch weiter, oder? Hm, nein, ich auch was da hin, oder? Ich geh' ich bleib' mal Toplane. Achtung, 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 Achtung. Okay, wir lassen uns back. Gottlane ist da oben. Können wir on Collapsen? Können wir auf on Top-Turn? Ja, klar, klar, ich komm. Chris, gehst du on hinterher? Ich geh' hier lang. Ja, ja, geh' hinterher. Ich push' botlane rein, ich hab' TP ab, ne? Ne, ich muss Mitte bleiben. Die Cristana ist hier. On Flash. Ab da, ja, aufschau'n. Ich hab' nicht mal eine Assist bekommen. Okay. Das war okay. Genau. Hier. Ja, Graves kommt irgendwo davor. Graves ist hier. Graves ist hier. Ich geh' botlane, ja? Ja, ja, gut. Pass auf, der Cristana läuft hier gerade in die Arme, ne? Tarek ist hinter dir. Ja, ich hab' schon gesehen. Ich hab' schon. Hier ein Wort, hier ein Wort. Ja. Hier die Krabbe, die Krabbe, die Krabbe. Gut, so. Die ist wichtig. Hast du dir bekommen, ja? Hab' die bekommen, ja? Hat er gräßig gemacht? Nein, nein, nein. Der hat angefangen. Ich vermute, dass es Graves war, ja? Ja. Ja, die kommen hoch. Äh, würdest ich weggehen? Ja, ich geh. Alle miss. Ja. Graves top. Ja, die chasen mich. TP top. Teleport, Teleport. Ich bin, ich bin Base. On, On Bot, ja. Okay, Graves und Tarek toplane. Das waren jetzt ein Waves der TP. Ja. Komm in Mitte, René. Ach so, ja. Ich hab' aber Ult grad raus zum Waves pushen. Aber gut. Waves könnt ihr zu der Mitte kommen. Boah, ich muss so hart pissen. Dann geh' doch. Nee. Okay. Weil da kommt jetzt noch mehr auf euch zu. Ja, wir sollten raus. Ich hab' keine Ulti mehr. Nee, ne? Nein. Boah, auf jeden Fall, es ist ein Void Starfall. Fünf Mann Mitte, ne? Drei. Vier. Vier. Bis jetzt. Äh, Fili, wir sollten hier dringend weggehen. Oh. Sehr dringend. Sehr dringend. Da ist ein Wort. Drake kommt in einer Minute. Wir sollten resetten. Hab' ich grad getimed. Wenn das, äh, wenn wir können. Oh. Pass auf. Du sollst da weg. 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 Ich geh's doch. Ich hab' noch ein Redemption. Alles wieder ab. Loll. Wir haben hier Vision. Hier in den Motion. Das dachte ich mir auch schon. Ich hab' Pink Wars. Oh. So. Äh. Ich taue auf Toplane. Ich hab' tp übrig, ne? Ich hab' tp übrig, ne? Ich hab' tp ab. Botlane pushed für uns. Ja, schön. Schön. Wenn ihr mitte bleibt, dann könnte ich vielleicht mit Toplane gehen und den machen. Ja. Wie gesagt, ich hab' tp ab. Also alles ist fein. Und nicht so weit alleine da hingehen. Ich komm' wieder. Keine Frage. Ornn ist, on the spot. On the spot. In 3. Vier Mitte. Ich werd Toplane machen. Vier Mitte. Der Drake ist ab. Ein Ward beim Drake, bitte. Können wir nicht hin. Ich hab' drei Mitte. Ich bin aufm Weg. On the spot. Ja, wir sollten ein Ward setzen, oder? Bleib mal mit. Bleib mal mit. Ja, wir müssen doch aber beim Drake. Die Moven. Die Moven. Die Moven doch nicht. Ja, die Moven. Die Moven. Die Moven. On the spot. Ja. Okay, dann. Dann. Sind immer noch hier. Drei, vier Mitte. Ja. Hier ist Ori. Fünf Mitte. Aber die kommt zu dir. Die kommt zu dir. Die kommt zu dir. Okay. Damit kommt keiner. Der Ornn wird gleich ulten, wahrscheinlich. Können wir Drake machen? Bleib. Bleib. Bleib in der Mitte. Ich geb den Drake. Ja. Von der Seite. Keine Wards. Das ist kacke. Ich werd mal hier ein Ward setzen. Ult Level 3. Ah, Pink. Pass auf. Pistana. Jetzt nicht facken. Wir engagen. Ne, die engagen uns. Wir engagen. Komm mal. Oh, das stimmt was. Tristana, Tristana, Tristana. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich hab nichts ab. Raus, raus, raus. 1, 1. 1, 1. War fein. Du müsst jetzt nur noch Waves clearen. Dann ist alles fein. Drake. Drake haben wir nicht bekommen. Haben die Licht? Klar haben wir den gekriegt. Ich hab den nur Solo gemacht. Ich hab den abgebrochen. Achso. Ich bin auch bewegt. Boah. Hier hat die Ohren, 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 Ohren der Tank die ganze Zeit. Ja. Ja. Ich lass es so einfach, weißt du. Ich hab halt noch keinen Void Stopp. Oh. Mann, Alter. Ja. Ja. Sind denn die alle so tanky? Ja, das freu ich mich auch. Leben. Spotlane? Ist ne fette Wave. Die gehen jetzt zum Drake. Ja. Die werden jetzt Drake oder Nash gehen. Eins von beiden. Ja, ich hab aber auch meine Ult verhauen. Die hätt ich, äh, hätt ich auf alle treffen sollen. Oder war da die Dings schon drin? Die sind hier. Ich werd auch zum Drake jetzt move'n. Ja. Top, dafür fällt Top, dafür fällt Top. Für jeden Fall. Ja. Ich könnte es so nehmen. Und Toplane weg. Ja. Okay. Ich hab keine Ult. Dann probier ich mal mein Glück. Ja. Okay. Hier ist ein Pink. Ja gut, ich mein, wir haben zwei im Finale, Drake. Das ist auch nur's. Ja, aber Erddrachen ist halt besser, ne? Nee, nicht schwingen. Ja gut, mit Tristana ist der halt echt übel, ja. Lass früher bitte die Botlane Wave, da hab ich mein Void Stuff. Ja, Kaiser muss auch skalieren, ne? Ja, ich sag halt nur, da hab ich halt mein Void Stuff, ne? Der ist halt... Ah, er hat 320 Farben, die Tristana. Boah. Ja, sag ich ja, komm. Holy shit. Das, das sag ich ja, Alter. Die, 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 äh, ist, äh, ich... Aber du? Aber du kriegst dein Stundenglas, das war ja on point, ey. Das war richtig geil, Alter. Das war richtig on point. Blue? Kann ich den haben? Oder möchtest du den? Ja, nimm mir hin. Tarek ist top. Wollen wir den nehmen? Wenn du den, wenn du den brauchst, dann... Nö, ich brauch ihn nicht zwingend. Ich will jetzt nur nicht, dass er lange steht. Ich nehm den jetzt. Okay. Ich bin mit drin. Drei und vier Leute sehen wir. Ja, wir sollten nicht zu weit rausgehen hier, Peter. Also ich hab jetzt Void Stuff, jetzt sollte ich den Leuten auch ein bisschen Schaden machen. Ich hab auch bald Arden Sansa fertig. Ich werd wahrscheinlich jetzt in Welden hier im Jungle. Ja. Ne, der Tarek hat nur ge... ähm, gewardet. Äh, der Ornn meine ich. Wir sollten langsam anfangen groupen, um den Baron rumzuspielen wahrscheinlich. Ich hab den, ich hab den, ich hab den gemacht hier. Okay. Oh, nichts um dich dran. Äh, wenn ihr die beschäftigen könnt, nur beschäftigen, nicht fighten, könnt ihr stoppen. Das sind fünf Leute in der Mitte. Die sind fast zur fünfte in der Mitte. Ja, wir sehen grad keine. Also, pass auf, ne. Wir sind in Richtung... kann sein, dass sie hier drin stehen. Geh weg. Uri ist bot. Äh, Mitte meine ich. Ja, ja, die wird baiten. Ja, okay, es sind noch drei Leute. Ja, alle, alle Mitte. Achtung, da kommt was. Nicht fighten, ne. Nicht fighten, ne. Nicht fighten, ne. Loll. Ich bin tot. Raus, 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 raus. Ja, ich bin tot. Ich auch. Uri Flash. Oh, shit. Flash und Ult, die hat auch keine Ult mehr. Ja. Ah, jetzt können wir natürlich, äh, pushen. Oh, reicht das? Hat der Knopf. Ne, ne, ne. Oh, alter. Das ist aber schon ein guter Schaden, muss ich sagen. Ja, mehr kann ich halt auch nicht machen, ne. Ja, aber... Einfach die Wave clean. Einfach die Wave clean. Einfach jetzt Wave clean. Siehste? Ich hab auch noch, äh... Redemption. Also Ornn geht jetzt irgendwie vermehrt auf mich, logischerweise. Ja, logisch. Aber du solltest ihn auch nicht zu viel angreifen, weil der Dornpanzer... Trissana, Trissana, Trissana. Die Uri hat noch keine Ult. Die hat definitiv noch keine Ult. Ey, ich muss raus. Ja. Oh, schade. Fuck. Lol, ehrlich. Ich laufe, ich laufe, ich laufe so schnell ich kann. Komm, Trissana, Trissana. Ich bin auf dem Weg, aber... Ah, fuck. Wir könnten jetzt eigentlich Nash gehen, die sind ja alle los. Lass uns Nash. Lass uns Nash. Mal probieren, jo. Ja. Ich bin in 28 und erst da. Ja, wir können jungler. Ja, ja. Aber wir können mal clearn, auf jeden Fall. Ja, hier vor allem mal die ganzen Tings. Okay, Botlin pusht und da pusht. Okay, wir fokussieren uns jetzt noch. Ja, natürlich. Uiuiui. Wir müssen die Trissana draus nehmen, die macht noch dabei mit. Ja, ja, ja. Die hat ja auch schon gute Items, ne? Bin noch ein Item, ich bin verfolgt. Ich mach jetzt gerade noch ein Guardian Angel. So. Und raus, 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 genau. Ja, hat jetzt der Z-Potagon. Ja, definitiv. So, ich geh jetzt auf, geh ich jetzt auf Sonjas oder lieber auf Ramadons. Denk da bern, ne? Ja, 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 ja. Die gehen jetzt, die wollen move'n? Nein, ich glaub, die wollen da wirklich hin, ja. Ja, die wurden schon. Okay, hin. Da hast'n Wort. Die wollen, die haben wir keine Kaiser hier. Ja, 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 aber wenn die Ohri kommt, dann können wir die versuchen zu bürsten. Die wissen, dass wir hier sind, glaub ich, ja. Nein, ja, mir keine Wissen. Ja. Ja, schön. Auf die Ohri, auf die Ohri, auf die Ohri. Ich bin tot. Ich bin erstmal raus. Ja, wir sind raus. Nicht mehr rein gehen, nicht mehr rein gehen. Ich hab Ult up, ich hab gleich wieder Ult up in fünf Sekunden. Ich bin da, ich bin da. Jetzt Mitte durchdrücken, scheißegal. Ja gut, Kaiser-Damage ist aber auch langsam da. Ja Mitte? Okay, ich geh Mitte. Okay, jetzt Nash. Nash, 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 Nash. Nash, 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 Nash. Ja, Nash. Na gut. Die sind alle tot. Ja, lass uns jetzt hingehen. Ja, los Nash. Graveschap lebt aber noch, ne? Das ist der einzige, wie wilder... Hat die Massen, hat die Massen Waterfield da? Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt brauchen wir nicht mehr pushen. Ich sohne vielleicht. Hat die Massen Waterfield dahinter? Ja, mir auf jeden Fall gewordert. Ich bin auch auf dem Weg. Die wissen das nicht, interessiert ja nicht. Okay, cool. Geh gleich top. Geh gleich top. Ja, ich geh botlane. Obwohl, ne, ich geh erstmal weg. Lass Kaiser den farm top. Okay, genau dann. Alter. Dann jetzt sollten wir vielleicht mal irgendwo gezielt drücken. Ja, Mitte und einer... Ja, wir müssen auf jeden Fall botlane auch deswegen jetzt. Botlane vielleicht, ich geh mal botlane sein. Ja, du hast PP ab? Ne, lass mich botlane, lass mich botlane, ich hab doch PP ab. Ja, macht ja keinen Sinn. Dann lass mich doch hier die Waves clearen und du kannst ihn gewuppen. Die werden Drake machen. Ja, die wollen Drake. Ja, der ist schon wahrscheinlich weg jetzt, wenn wir dahin sind. Kannst du mal einfach eine Ult da reinballern, René? Ja, ist es gut. Oh, das war so knapp! Zarde. Oh. Jetzt wieder Mitte stacken, ne? Ja, und pushen, Leute, pushen. Denn der Elder Drake hält nicht lange. Oh, Kaiser, du bist alleine jetzt? Äh... Ich geh dann auch. Ich komm bitte. Ja, wir brauchen nie Hilfe. Ja? Ja, lasst euch zurückfallen. Wir müssen ja nur am Inhip steppen. Einfach gesagt, als getan. Ja. Okay, die kommen jetzt alle hoch zu dir. Einfach backmorten. Ja, solltest da weggehen. Ja, wenn wir den, wenn wir das so, wenn wir so den Elder aufhalten können, ist das okay. So. Wenn sie eben die ganze Zeit laufen, ja. Nicht so hart, nicht so hart reinpushen. Denk daran, die haben andere. Die machen halt sehr viel Spaß. Ja, wir halten die noch auf. Einer Seite vielleicht Wotlayen. Ich geh mal Wotlayen. Ja, du müsst das entweder du oder äh... Ich geh jetzt wieder pushen. Ja, genau. Entweder du oder Chris. Ja, aber du hast doch kein TP. Ja, aber er kann jeden 1v1. Ja, aber trotzdem war der gleiche Binden. Dürfen wir halt überhaupt nicht Engaged werden. Wir müssen halt einfach nur reinpushen. Wir haben noch eine Jänner. Wir haben noch das Engaged. Ja. Wenn der Orn Engaged mit seiner Ulti dann... Verschwindet halt. Ja. Ja. Schön. Nicht pushen. Ich hab ja auch einen... Aber... Ja. Oh, jetzt geht's los. Raus, raus, raus. Zwei Tristano und Gressen Bob land. Tristano und Gressen Bob land. Ja, 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 ja. Orn hat keinen Ult. Der hat seinen Ult verkackt. Kommen wir rein, dann können wir rein. Ich hab ihn. Ich seh's. Oh, schade. Oh, ein Flash. Ja, schade. Ist der geflasht, ja, ne? Ja. Ich mach weiter Bob land rock. Ja, mach, mach, mach. Wir kriegen hier den Tower. Tarek ult. Ja, Tarek tot. Nicht, 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 nicht. Oh. Danke. Wir können Bob land rocken, wenn ihr wollt. Wir können weiter, wenn ihr wollt. Ah. Wobei, wir haben die Super Minions. Wir haben zwei Super Minions. Ah, jetzt kriegen wir sie. Ich hab Bob-tane. Ich hab Bob-tane. In-depth, in-depth. In-depth, bot, bot, bot. Bot, 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 bot. Ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal. Ich komm mal, ich komm mal. Oh Gott. Ja, die Granate, wo ist denn hier hingeflogen. Noi, okay, nice. Okay, geeeeeeeeee. Ja, weiter, 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 drücken, 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 drücken. Guck mal, das schaffen wir. Ja. Ich zieh. Nein. Ah! Jaaa! Ja, Alter! Schön! Nice! Jetzt kann ich ne Zigarette gebrauchen! Jetzt kann ich pischen gehen!